Ihr auch schon so aufgeregt? Ja, übel! Mein Kaffee jetzt gleich alle. Gut, dass wir gleich ne Pause machen. Kaffee, das ist ja mächtig. Passt. Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechner, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Warte, lass mal nix. Ja, es bringt nichts, es ist Gitter. Es ist ein Gitter, es bringt nichts. Ähm, mach mal Barbe. Genau. Und gleich nochmal hier oben. Genau, meinst du, ich kann so hoch springen? Mach mal dein Portal da und da oben hin. Ja, oder so. Du musst aber die Portale setzen halt. Ja. Ja, hier sind immer meine hier. Ja, warte. Warte. Cube kommt! Oh Mutter, schnell! Deswegen brauchte ich nämlich hier die Farbe, damit ich halt so schnell sprinten kann, weißt du? Ah Leute, wir sind jetzt beim letzten Test, ne? Die war ja einfach gerade, die siebte. Ja. Und auch voll kurz. Ja. Ja. Wir sind einfach zu schlau für dieses Spiel. Wir sind so geil. Ja, ich werde gleich erstmal Abendessen. Ich frage mich echt jetzt, wie es da unten los ist. Ja. Ja gut, dass wir noch weitergemacht haben, ne? Hättest du dumm gewesen, hätten wir die Pause gemacht und du hättest gar kein Essen. Wäre irgendwie doof. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Jo. Scheiße! Sollte das einfach weg auf einmal. Ja. Der Bot. Enttäuscht mich nicht. Findet die Tür zur Kammer. Oh. Da musst du ein Portal ansetzen und... So, dass halt vor... Da und da. Das ist die Suppe vor dir. Ja. Vor dir. Gesundheit! Ah, ich muss noch mal ein bisschen höher setzen. Ja, so ist gut. Kannst du wieder rüberkommen? Ja. Nice. Hallo. Hi. Hey. Oh, mein Gott. Warte, warte, warte. Ne, das ist falsch. Da muss das wohl gar nicht hin. Du hast ja eben schon eins gesetzt, oder nicht? Achso, ja, gehen wir durchs, genau. Achso. Alter. Warte, jetzt muss ich mein Portal... Äh, ne, wofür muss ich meins hinsetzen? Ach doch, klar! Nein, ich hab eins gesetzt. Genau. Und setzt eins wieder da drüben hin? Ne, warte mal. Doch, okay. So. Und wir müssen jetzt durch mein Blau springen und dann kommen wir da hinten an. Huui! Yeah! Jetzt mal Kopf anhauen, Alter. Ähm. Zwei Wege, okay. Ja, ich geh rechts lang, du links. So, das sind... Ich glaub, jeder... Jetzt ist jeder auf sich alleine erstmal gestellt. Wir müssen halt zusammen durchkommen, irgendwie. Muss da irgendwie hoch? Bei mir ist nicht mal... Hä? Was hast du bei dir? Ja, eine Tür. Du eine Tür? Ja, verschlossene Tür. Ja, geh mal da durch. Wahrscheinlich... Wenn ich da durch könnte. Ich kann da nicht durch. Das ist eine Glasscheibe. Achso, ja gut, das seh ich von hier aus nicht. Deswegen, ich muss, glaub ich, bei dir mit. Ja, aber ich hab hier auch nichts. Bei mir ist halt eine verschlossene Tür. Das war's. Äh, warte mal mal. Ja, aber die ist nämlich ein bisschen Aktion. Mach doch dein hellblaues Sinn irgendwo hin, da oben. Ja, da oben ist nichts, glaub ich. Guck mal, Lila ist einfach mal dahin. Der ist doch zu weit. Warte mal. Äh. Hier. Jetzt da oben macht Portal. Ja. Na, zu spät. Shit. Zack. Ähm. Du bist da hinten, ne? Ja. Hier. Ja, ich seh's. Da hinten ist eine verschlossene Tür. Ach doch, wir müssen doch darüber, wie's aussieht. Zusammen. Ja, ich weiß. Dann hier, komm mal her. Ich guck mal kurz, was hier drüben ist. Und ich, was da ist. Laser. Ja, bei mir hier war, hier ist ein Knopf. Der mir ein Cube gibt. Was für ein Cube? Okay, das war schwarz. Ich dachte, da ist eine Wand. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zu... Gib mir mal hier ein Portal. Silke. Bitte. Hä? Portal. Wo? Bist du? Ja, wo bist du? Egal, ich komm wieder anders zu dir. Warte, 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 warte. Hör. Hör du nicht. Hey, wo hast du den Cube herbekommen? Hey, wo willst denn du? Achso, ja, da unten ist schwarz. Da musst du nicht durch. Da stirbst du. Wir müssen die Laser durchtrennen wahrscheinlich mit irgendwas. Mit diesen Cubes. Ähm. Ja, wir müssen die Laser durchtrennen. Ja, klar. Lol. Guck mal her. Ah, okay, nein, warte, 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 warte. Achso, ja, bring mich mal rüber, genau. Lass mich mal rüber. So. So. Lass mich wieder zurück, lass mich wieder zurück, ne? Jetzt können wir rüber, rüber, rüber. Geh lang, ne. Da lang. Das ist das erste Ding. Ne, alle, beide sogar. Geh nämlich gleich wieder zu, genau. Und drück. Nein! Ich hab ihn doch gerückt. Ja, ich nicht. Okay, wir müssen schneller sein. Okay, alles klar. Oh, Mann. Wieso hast du den Rot jetzt auch wieder gemacht? Stand der Rot nicht schon da oben? Nein. So, ich bin wieder oben. Achso, ja, warte. Warte, warte, so. Hast du den Cube geholt? Nee, wieso? Brauchen wir den Cube. Warum, warum, wieso brauchst du denn noch einen Cube? Weil der Cube doch weg ist. Nein! Na klar, der ist runtergerollt. Ach, der rutscht hier runter. Ja! Das ist ja asozial. Mann! Jetzt brauche ich glauben, Mensch. Ah, der rutscht da runter. Ich kriege mal ein rotes Portal hier. Danke. Rotes. Egal. So, äh, hast du... Wo müssen wir lang? Wir müssen da lang, ne? Okay. Du hast es schon richtig gehabt, ja. Okay. Und... Lauf! Ach Gottchen! Und go! Abgedrückt! Ja. Ja, die Tür ist auf. Nice. Huh! So, das macht... Ne Fläche. Oh, leu. Und ich kann hier die blaue Suppe anmachen. Ja, die brauche ich nicht. Hä? Ja, warte mal. Ich werde nicht abgeballert. Puh! Ähm. Braucht gar kein Portal irgendwie. Ach doch, klar. Für hier oben. Ja, genau das ist mein Problem. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Ja, dann mach mal... Ja, Moment. Und zwar musst du... Kommst du hier oben ran? Nein, hier ist die Wand halt vor. Warte mal, ich komm nochmal zurück. Ich kann aber... Weißt du, was ich machen kann? Ich kann irgendwie machen. Können. Ja, ich komm nochmal zurück. Zu dir. Ich kann dann den machen. Ach, Mann. Wieso haben wir hier orangene Farbe? Hä? Klar kommst du da oben ran. Woher ist denn die... Ah, das Ding da. Ja, wie hast du da ein blaues hingesetzt? Hä? Wie hast du das Hellblau denn gepackt? Hier. Geh mal weg. Ja, kommst du durch. Kannst du durchschießen. Ja, geh mal weg. Ja, hast du. Nice. Ähm. Genau, jetzt schieß mal... Mach mal blaue Farbe. Aber wir töten die dadurch nicht. Doch, einer ist gerade kaputt gegangen. Ja? Da brauchen wir ein Portal. Das ist der Fläche. Spring mal, wenn du hier drauf bist. Wie hoch kommst du? Nicht hoch genug. Guckst du mal höher. Warte? Ja, du kommst ja nicht an die Becher. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, warte mal. Du musst da ein Portal machen. Und da. Glaube ich jetzt mal. Aua. Aua. Okay. Wie bin ich denn eben da rüber gekommen? Ich bin jetzt doch auch easy darüber... Hä? Tja. Du hast wohl diesmal scheiße gesprungen. Ah. Oh Gott. Ähm. Na, mach nochmal. Mach nochmal. Nee, achso, warte. Nee, gar nicht. So? So. Nee, warte. Das musst du machen. Das musst du machen. Das musst du machen. Da ein Portal und da oben ein Portal. Ja, dann lauf schnell durch. Von da, von da. Geh durch. Ja, geht nicht. Das ist mein Portal, du Lappen. Ja, du musst dann hier aber draufstehen halt. Ja, nein. Stell dich rauf. Mach du mal einfach, mach du einfach das mit dem. Da, da. Stell dich rauf. Oh. Der lauf doch durch jetzt. Super. Drück mal nochmal auf den Knopf. So, leil. So, blub, 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 blaue Farbe. Ja. Durch. Die kommt, die musst du gleich fallen lassen, damit die kaputt gehen. So, mach dein blaues Portal weg. Endlich. Lol. Das war jetzt deine Schuld. Wieso war das meine Schuld? Weiß ich nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Ach, da. Mega verwirrt. Ach, ja. Bring du zuerst los. Okay. Was macht der Knopf? Fläche. Wofür? Ah. Äh. Scheiße. Ich muss wieder irgendwie zurück. Oder? Okay. Komm ich an die Fläche an? Ja, bleib mal drauf. Da müssen wir hoch, oder? Ja. Wie kommen wir da hoch? Ne, warte mal. Hä? Hä? Kannst du nicht von da aus, von, du kannst doch von dir aus hier Portale machen. Oder? Nein, geh nochmal auf den Knopf. Geh nochmal auf den Knopf. Geh auf den Knopf. Geh auf den Knopf. Was machst du denn? Geh auf den Knopf. Hä, du musst doch... Ja. Hier ist auch noch ein Knopf hier oben, deswegen. Oh. Ist das dein fucking Ernst, Alter? Ich bin auch so sehen gesprungen. Hey, guck mal, du musst... Springen wir einfach... Guck mal, du kannst jetzt von hier aus dagegen springen. Dann dürftest du auch raufkommen, oder? Nein. Na, locker. Nein, wie du siehst nicht. Hä? Du kannst auch hier gegen die Wand springen. Oder nicht? Dann fliege ich aber in die Richtung bevor. Dann fliegst du aber höher. Hä? Wieso kommst du nicht da... Hä? Okay, ich hab nichts gesagt. Alter. Ja, wundert mich, dass du da nicht da... ...gegenspringen kannst. Was kannst du eigentlich? Vieles. Nee. Doch. Nee. So. So, was macht der Knopf da? Jetzt komm du rüber. Ja, wie denn? Muss hier hoch... Ja, geh da... Geh in das Teil da rein. In welches Teil? Ach, da. Ja, nee, das Problem ist ja, dass da denn das fehlt. Ey, was hast du denn für einen Knopf? Hast du nicht gesagt, du hast einen Knopf? Ja, kannst zurückkommen. Wir sind durch. Ey, wieso? Weil wir durch sind. Okay. Hier ist nämlich blaue Farbe jetzt gedroppt und dann können wir einfach rüberjumpen. Ah, so. Okay. Und sind, glaube ich, am Haupttor-Teil. Warte auf mir! Nein. Bist du schon drüben? Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen warten. Ich glaube, wir müssen warten. Was ist mit der Kamera? Keine Ahnung. Blue, was hast du gemacht? Orange macht dasselbe wie Blue. Orange macht dasselbe wie Blue. Ja, toll. Du hast so ein Emote gemacht. Kann ich ja nicht. Ach ja. Oh, warte. Ja. Als ob das funktioniert hat. Alles klar. Oh, Mann. Geil. Sogar mit kleinen Filmchen. Ja. Absolute Ruhe, bitte. Kommt, die haben uns ein Boss rausgeschossen? Tsch. Das war's für heute. Geschafft! Ihr habt's geschafft! Das Testen hat sich gelohnt! All diese Testsubjekte! So viele Tests! Die Wissenschaft dankt euch! Ich muss das im Nachhinein echt lauter stellen! Nur diese Szene! Warum ist das hier so leise und der Rest war so laut? Nun zur Wissenschaft! Komme! Gibt's Essen? Jo! Perfekt! Das war jetzt auch mit dem Let's Play jetzt so ne? Also mit der? Ja, ja! Na, der reingehauen und laufgekauen! Auch schon mal rein! Ich mach gleich die Pause dann! Ich schreib dann am besten! Ich warte auch darauf, dass Portal mal irgendwie eine Ladenscreen jetzt schafft! Okay! Ihr Forschungspartner! Okay! Retter der Wissenschaft! Lo, was ist denn jetzt? Treddit! Ich bin ein Teamplayer! Soziale Inkompetenz! Soziale Inkompetenz! Oh, Alter! Tjubes! Ist undiszipliniert! Das warst du! Undiszipliniert! Ja, okay, ne? Ich bin ein Maler! Ja, hau rein! Teilt nie! Gut, bestellen! Hau rein! Achja! Lef nur! Lef nur! Das könnte ich sein! Nie pünktlich! Schlechter Zuhörer! Oh Gott! Häufiges Nichterscheinen! Kann man das irgendwie... Nein, kann man nicht! Oh! Okay, Leute! Viel Abspann noch, ne? Wir sind bei D! Oh, kann ich das echt nicht abbrechen? Hey! Flampig! Ahhhh! Unsicher! Zauderer! Schon mal bei G! Okay! Oh! Die Parton hat die Verbindung unterbrochen! Okay! Gut, ich hoffe, es kommt gleich nichts Neues mehr! Also, es kommt nicht... Ich hoffe, es kam danach jetzt nichts mehr! Nichts, was irgendwie noch von Bedeutung war oder so! Und sonst schneiden wir das später nochmal hinten dran irgendwie! Okay! Gut, Leute! Das war das Let's Play! Erstmal zur Let's Play-Verabschiedung! Ist ja Live-Let's Play gewesen! Hier! Ähm! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Mir auf jeden Fall! Mal so ein Spiel an einem ganzen Tag durchzocken! Oder an einem Stück durchzuzocken! Ist schon mal ganz geil! Jetzt habe ich erstmal... Oh, wie viele war's? Viereinhalb Stunden? Ein paar mehr! Äh! 13 Parts oder so vielleicht? Ich weiß es nicht genau! Aber naja! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wir sehen uns bei... Das nächste Projekt wieder! Haut... Drei... Na! fters... Ich hoffe, es geht mit dir! Tja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020